Microsoft Windows ist im Desktop-Bereich das Betriebssystem mit der höchsten Verbreitung. Wie gut es tatsächlich ist, wird scharf diskutiert und ist dementsprechend umstritten. Fakt ist jedoch, funktionell hängt es der freien Konkurrenz in einigen Bereichen um Jahre bis sogar Jahrzehnte hinterher. In diesem Video schauen wir uns daher mal sechs Funktionen an, die sich Microsoft aus der GNU-Linux-Welt abgekupfert hat. Nummer 1 ist der Dateiexplorer auch Windows Explorer genannt. Wahrscheinlich nutzt den jeder von euch bestimmt täglich oder zumindest regelmäßig, um Dateien zu öffnen, zu verschieben und eben damit zu arbeiten. Ich bewege mich dabei selten in nur einem Ordner, sondern habe meistens einige parallel geöffnet. Ruckzuck hätte man in Windows zumindest bisher einige Explorer-Fenster öffnen müssen, weil es nicht so wirklich komfortabel ist. Es verstopft die Taskleiste unten, man muss immer nach unten an den Bildschirmrand. Das ist alles nicht so ganz zeitgemäß, vor allem wenn wir uns den Browser angucken, da ist es schon seit langem so, dass wir dort mit Reitern, mit Tabs arbeiten. Bei Microsoft muss man das wohl für eine Modeerscheinung gehalten haben, denn während GNU-Linux-Distributionen schon seit weit über zehn Jahren Reiter im Dateiexplorer haben, zum Beispiel XFCE, da kam das schon 2012, gab es bei Microsoft lange Zeit nichts. Man musste sich hier behelfen, zum Beispiel mit Files, das ist ein alternativer Dateiexplorer, den ich schon mal vorgestellt habe. Der hat das von Anfang an eingebaut und auch noch ein paar andere nützliche Funktionen dazu. Oder verschiedene Drittanbieter-Programme, die sich da versuchen, über Hex in den originalen Windows Explorer einzuklinken. Mit Windows 11 22 H2 hat sich Microsoft in diesem Jahrzehnt jedoch umentschieden und zumindest für Windows 11 Registerkarten im offiziellen Explorer nachgerüstet. Nummer 2 betrifft eine Funktion, die in den Explorer integriert ist oder bisher nicht integriert war, nämlich das Entpacken von gängigen Archivtypen. Mit Windows XP kam 2001 die Möglichkeit, dass man ZIP-Dateien sowohl entpacken als auch wieder verpacken kann. Es wurden und werden aber auch einige andere Archivtypen genutzt, zum Beispiel 7zip, RAR oder gerade in der GNU-Linux-Welt auch Target-Set. Mit all diesen Formaten konnte Windows jahrzehntelang überhaupt nichts anfangen. Wer die entpacken oder damit arbeiten wollte, dann musste sich erst ein Drittanbieter-Programm wie zum Beispiel 7zip oder WinRAR herunterladen und installieren. Erst 2023 rüstete Microsoft weitere Archivformate per Update nach. Seit 30 Jahren, nachdem zum Beispiel das RAR-Archiv entstanden ist. Die GNU-Linux-Nutzer unter euch werden den Schmerz kennen, unter Windows neue Software zu installieren. Da muss man meist im Web nach der Webseite schauen, die Excel runterladen, hoffen, dass man auch die richtige hat und nicht auf irgendeiner dubiosen Fake-Seite landet, von denen ja auch zum Beispiel einige in Google ziemlich weit oben gelandet sind. Seit einigen Jahren gibt es zwar aus der Community selbstentwickelte Paketmanager für Windows, wie zum Beispiel Chocolately, AppGet und weitere, aber keine davon war offiziell oder gar vorinstalliert. 2020 veröffentlichte Microsoft mit Winget einen Anführungsstrichen eigenen, der aber starke Ähnlichkeit zu AppGet aufwies und dessen Entwickler sich Hintergang fühlte. Auch hier waren die GNU-Linux-Betriebssysteme schneller. Das von D-Win stammende APT-Format erschien schon 1998. Viele Derivate nutzen das ebenfalls, wie zum Beispiel Ubuntu oder das Raspberry Pi OS. Nummer 4 ist SSH. Es erschien 1995 und wurde schnell zum Standard-Fernzugriffs-Protokoll für zum einen GNU-Linux-Systeme, aber auch Unix. Es stellt eine sichere Verbindung her und man kann nicht nur das System mit der Textkonsole administrieren, sondern es gibt noch viele weitere Funktionen, die nicht so bekannt sind, zum Beispiel Dateien übertragen, Dateisysteme, die entfernt sind, lokal einhängen oder per X11 die grafische Oberfläche von Programmen auf den lokalen Client weiterleiten. Microsoft dagegen setzte für seine Windows-Systeme lange Zeit nur auf das proprietäre Remote-Desktop-Protokoll. RDP erfordert eine grafische Oberfläche und ist weitaus weniger mächtig, da es lediglich für die entfernte Bedienung eines Desktop-Systems vorgesehen ist. Microsoft hat inzwischen sowohl den SSH-Client als auch den Server in Windows eingebaut. Das war damals eines der ersten GNU-Linux-Werkzeuge, die zu Windows portiert wurden, deswegen titelte Heise auch die Hölle fritter ein Stück weit zu. Das war ein paar Jahre davor noch völlig undenkbar. Man kann sich auf der Windows-Kommandozeile nun mit jedem SSH-Server verbinden, genauso wie man das von GNU-Linux her schon seit immer kennt. Über eine Windows-Funktion lässt sich auch der SSH-Server aktivieren, sodass man sich zum Beispiel von einem Linux-System per SSH auf ein Windows-System verbinden kann. Da hat man dann aber nicht die Bash oder eine andere Linux-Shell, sondern die CMD und davon die PowerShell. In der Server-Edition von Windows finden wir eine der ältesten Aspekte, bei denen sich Microsoft mit seinem Windows-Betriebssystem von GNU-Linux hat inspirieren lassen. Es ist der Windows-Server-Core. Wer sich denkt, ach ja, das ist bestimmt die minimale Edition, wie ich es von Ubuntu, Debian und zig anderen Distributionen her kenne. Jein. Es ist ein Windows mit weniger grafischer Oberfläche, aber nicht komplett ohne. Unter GNU-Linux gab es schon immer diese Trennung, dass ich Werkzeuge für die Konsole habe, die alle Funktionen bieten und die Oberfläche, die grafische, die kommt obendrauf, eben da, wo ich es brauche, auf dem Desktop und auf Servern. Da installiert man die gar nicht, weil man sie nicht benötigt. Bei Windows geht es ja in die umgekehrte Richtung, da Windows ja seit jeher als grafische Oberfläche, damals als Nachfolger von MS-DOS, entwickelt wurde. Microsoft machte es sich daher einfach und nutze für den Windows-Server schlichtweg das gleiche Windows vom Desktop her, nur mit ein paar Anpassungen. Es dauerte 15 Jahre lang, bis Microsoft merkte, dass das vielleicht doch nicht so eine super Idee ist, dass wir auf jedem Web-Server eine komplette grafische Oberfläche mit Windows-Desktop, IE und sonstigem Zeug haben. 2008 kam der Windows-Server Core, mit dem versuchten sie wieder, es sich einfach zu machen und haben das Ganze nicht sauber getrennt, sondern die grafische Oberfläche reduziert auf sieben Anwendungen. Weitere 16 Jahre später ist Microsoft immer noch nicht auf dem GNU-Linux- oder Unix-Level angekommen. Man kann sagen, sie haben sich bemüht. Brandaktuell wurde erst vor wenigen Wochen bekannt, dass Microsoft ein Klon vom nächsten beliebten GNU-Linux-Werkzeug erstellen möchte, nämlich Sudo. Es entstand bereits in den 80er Jahren bei Unix, was man als Vorgänger von GNU-Linux sehen kann. Universitäten entwickelten es, um den Studenten lediglich Root-Zugriff, also volle Rechte für einzelne Programme zu gewähren, ohne ihnen ein Konto geben zu müssen, das auf dem gesamten Computer volle Rechte hat. Nur so viele Rechte wie nötig gilt schon seit langem als Grundlage für sichere Systeme. Doch auch da zeigte Microsoft eine sehr lange Leitung. Erst 2006 kam die Benutzerkontensteuerung. Mit der konnte ein normaler Nutzer Admin-Rechte abfragen und die Software läuft dann im Kontext von seinem Benutzer, was für viele Programme wichtig ist, um Probleme bei zum Beispiel Pfaden oder Registrier-Schlüsseln zu vermeiden. Die war aber nicht ansatzweise so mächtig wie Sudo schon Jahrzehnte vorher. Es dauerte satte 39 Jahre, bis Microsoft das merkte und 2024 sein eigenes Sudo unter gleichem Name veröffentlichte. Derzeit findet man es nur in der Insider, also in der Vorscharedition von Windows 11. Das soll sich bald ändern. Planmäßig möchte man es in der zweiten Jahresself 2024 an alle verteilen. Ja! Kennst du noch weitere Dinge, die GNU-Linux oder auch andere Unix-Betriebssysteme zuerst eingebaut hatten und die Microsoft später kopierte? Schreib es gern zu uns auf uLabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal!